Matias Klimentic, Sie arbeiten bei 777 und Sie haben einen neuen Glider, der Queen 2. Ja, wie Sie sehen, haben wir dieses Jahr ein neues Modell in der C-Klasse. Das ist Queen 2. Es ist wirklich in den letzten Tagen der Entwicklung. Wir erwarten ihn in den nächsten zwei bis drei Wochen. Es ist ein sehr erfolgreiches Model der Queen, der mit uns in den letzten drei Jahren war. Es war bereits gut für eine gute Leistung und wir hatten viel Arbeit, um es noch besser zu machen, mit Queen 2. Wir haben es geschafft und wir sind auch sehr, sehr glücklich mit dem neuen Wings, mit diesem neuen Design, mit der Handlung und der Klammungsfähigkeit dieser Wings. Wir haben in der ganzen Aspekt-Ratio entschieden, dass wir etwas mehr als die vorherige Queen 2. Wir wollten nicht eine sehr hohe Aspekt-Ratio-Wing machen, weil wir es in der Mitte der C-Klasse haben wollen, aber mit einer sehr hohen Leistung. Matias, planen Sie eine leitere Version der Queen 2? Ja, in 2017 werden wir auch alle unsere neue Modelle in der Licht-Version. Die Queen 2 kommt in der Licht-Version mit der Kanopie, mit neuen Licht-Ratio-Risers. Wir schauen uns wirklich für die Piloten, die in diesem Segment haben nicht nur eine Kombination der Licht-Materialien, aber auch eine voll, voll leitere Version der Wings. Ich hoffe, dass wir die Wings für etwa 2 Kilogramm reduzieren können, wenn nicht mehr. Wir haben auch einen neuen Glider in der B-Sektion, der Knight. Ist das in der hohen End oder in der hohen End? Ja, nach einem hohen High-B-Wing Rook 2. Wir haben jetzt auch entschieden, dass wir eine mittel-Klasse B-Sektion, das wird ein Knight, der jetzt in den nächsten 2-3 Wochen kommen. Wir können über das Design sagen sagen, dass wir mit einer höheren Aspekt-Ratio in dieser Klasse aber trotzdem mit guten Leistungen für diese Klasse der Wings und eine höhere Passiv-Safety für die Piloten, die in dieser Klasse fliegen. Haben Sie auch eine Licht-Version? Ja, natürlich. Mit diesem Glider planen wir auch eine Licht-Version machen. Das wird auch mit Licht-Risers und Licht-Kanopie kommen. Wir schauen also für die Piloten, die diese Wings auf die Mauten nehmen. Und sie werden immer noch gute Cross-Country-Flights machen. mit einem mit einem Kolbemag. Und diese Wings passiv ein ... Das sieht gut aus, die die B-Sack�� sportiven, die sich zum Beispiel anfangen zu. Bis zum nächsten Mal, so was es sich als ein bisschen. Wir lernen, wenn es so zum Beispiel wirst, Ga sproren, rüber,